Große Handwerkskunst zu fairen Preisen, hergestellt in Handarbeit in den eigenen Kreativwerkstätten und den Arbeitsgruppen des Landesklinikum Mauer sowie kulinarische Köstlichkeiten aus der Klinikküche, gibt es am Sonntag, dem 3. Dezember von 9 bis 17 Uhr beim Adventmarkt im Landesklinikum Mauer. Musikalisch begleitet wird das vorweihnachtliche Ereignis mit Gospels vom Chor Strong Voices.